Hallo liebe Leute, ich wollte euch nur mal sagen, mein Kanal läuft gar nicht mehr so gut, ich weiß es interessiert euch auch nicht, ich weiß, aber es läuft gar nicht mehr so gut, ich weiß auch nicht warum, mein Bruder will nicht mehr so viele Videos machen, ich nehme ja auch sein Handy auf, weil ich habe so ein kleines Handy, das geht nicht, will ich nicht, vielleicht mache ich dann meinen irgendwann einen eigenen Kanal oder will es nicht mehr, aber ich versuche es zum Laufen zu bringen, ne, also, wenn ihr, also wenn ihr mein Bruder zeigt, dass ihr, also dass wir weitermachen sollen, dann zeige ich meinem Bruder, guck mal auf die Abonnenten der Zahl, komm, lass mal ein Abo da und ein Like, weil mein Bruder will mal ein paar Abos sehen, ja, ja, dann verlinke ich euch noch hier Moritz Becker, der ist ein guter YouTuber, schaut mal rein, ne, Ich weiß, dass Moritz Becker, äh, was war das denn, ich habe Fotos gesehen, gemacht, ähm, ich weiß, dass Moritz, ihr bestimmter, den ich kenne, schon wieder Fotos, äh, das Video ansehen wird, äh, deswegen, Moritz, yo, ähm, kommst du heute raus, ja, sorry dafür, ja, äh, ich bin jetzt bei Hause, ja, ähm, Mir ist gerade richtig langweilig, deswegen habe ich jetzt ein YouTube-Video gemacht, ähm, wenn ihr bitte einen Daumen nach oben oder ein, ähm, Abon, Abo da lässt, das wäre, das würde mein Bruder richtig freuen, weil, er macht nicht mehr viel, wenn, äh, 50, wenn wir 50 Abonnenten haben, komm, 50 Abonnenten, das sind nur 50, Leute, schon groß, die Menge, dann, sag ich mal, Bruder, ähm, guck mal auf die Abonnenten, vielleicht haben wir ein paar Abonnenten mehr, ja, und dann, ja, haben wir es, das Video wird jetzt hochladen, also Moritz wird das dann ein bisschen später sehen, wir haben jetzt, Peace, also, das kommt heute raus, Moritz, wir haben heute den, also, wir haben fast 4 Uhr gleich, also in 10 Minuten, ja, peace.